Alex! Hinten! Ja! Zeig dir den Vizep! Und auch die Beine! Und zum Abschluss ein geiles Puckstau! 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 Der Komme und die Beine! Hinten! Puckstau! 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 Vielen Dank für die Siegerehrung mit der Erzügerung. Und zwar unseren Kassierer, den Herrn Wolfgang Spieger. Und Wolfgang ist unter anderem auch schon 50 Jahre im Kampfrichter und hat sich doch sehr um den Verwand bedient, verdienst gemacht. Und was viele nicht wissen...